Die Gerd Show! Die Show mit Gerd und Pferd. Wetten das? Liebe Freundinnen und Freunde der Gerd Show, doll, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Begrüßen Sie auch bitte meine vollblühtige Assistentin Doris. Danke, danke. Auch heute zeige ich Ihnen wieder ein ganz dolles Kabinettstückchen. Wussten Sie eigentlich, dass ich auch ein ganz doller Modeschöpfer bin? Ja, ja, ich habe nun mal einen Fimmel für einen flotten Fummel. Aber im Ernst, ich stehe nicht nur auf Stoff zum Inhalieren, sondern auch zum Promenieren. Kennen Sie eigentlich meine Frühjahrskollektion? Also die ist so en vogue, da gucken selbst Steilpäpste wie Job, Armani oder Kaufhalle ganz schön dumm aus der Wäsche. Ein Hauch rosarot mit verwelktem Grün sind die Farben der Saison. Die Dame aus dem abgehobenen Management. Trägt ein gewagtes Abschreibungsmodellkleidchen mit charmant abgesetztem Spitzensteuerbesatz. Der Herr einen eleganten Cashflow-Mantel in pinke-pinke-rosa mit großzügig geschnittenen Steuerschlupflächern. Passend dazu eine reine Weste aus feinster Halbseide. Auch für den kleinen Mann auf der Straße gibt's reichlich grobe Kürzungen. Super eng geschnallte Gürtel und alte Hüte aus todschickem Schröder-Blair-Papier. Toll, wie ich das wieder gemacht hab, was? Jaja, ich bin nicht nur ein Aufschneider. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Lagerfeld und Doris ihre Pferdeschwänze vergleichen in der Show mit Gerd und Pferd. Die Show mit Gerd und Pferd.